Wir zeigen euch hier die Club Line 6er Back. Bei der Club Line 6er Back haben wir im Front ein Reißverschlussfach. Wir haben bei der Club 6er große Fächer, links und rechts, die ihr durch Reißverschlüsse von oben nach unten jeweils öffnen könnt. Wir haben einen Tragegurt. Wir haben die Tragegriffe. Ihr könnt das Club Line 6er Back bekommen in der Farbvariante Schwarz mit Gelb, Silber mit Blau und Silber mit Rot. Das Club Line 6er Back. Auf tennispoint.de